So, hallo und willkommen zu Let's Play Squeeches Welt 3, Level 17. Kann man das irgendwo... Irgendein Menü noch hier sichtbar machen? Level 17. Ah, Mann. Kontinuierliches Verschlucken an der eigenen Rotze ist nicht hilfreich. Mann. Okay, ich richte mich jetzt wieder gegen Kamera. Anni, müsste ich den Level ja auch so behalten können jetzt hier. Also nicht groß was machen? Oh, gut gemacht. Oder auch nicht. Mann. Haben wir jetzt ausgekröcht. Fantastico. Klar, dass hier alle 2 cm gespeichert wird. Weil, sagen wir mal, bei der Abkratzquote hier... Wahrscheinlich nur für die blöden Kristalle. Na, verdammt. Wo wäre denn überhaupt das eigentlich... Ach, hallo? Jetzt ernsthaft? Ich mache das jetzt nur, um Kristalle zu looten? Na gut, das wäre natürlich... Achso, ist das... Hallo? Achten Sie nicht auf das, was ich rede. Vergiss nicht, ich bin nur ein... Hallo? Ein Mensch. So, der ist gesaved, rüber. Okay, was jetzt? Äh, verstehe ich jetzt nicht. Aber ich muss beide zu leicht pusten. Aber das geht natürlich nur, wenn der auch richtig erkannt wird hier. Wenn er auch mal geradeaus zeigt. Okay, das war mal nötig, dass die gesaved sind. Egal. Der war ja safe. Ich weiß nicht, was er am das hier sagen soll. Soll er am das hier sagen, es geht weiter, vorwärts? Oder soll er am das sagen, die Technik ist noch nicht so weit? Okay. Vielleicht muss ich mit beiden draufstehen. Weil man hat ja auch ständig Angst, den Kontakt zu verlieren. Okay, jetzt muss einer weiter weg hier. Weil sonst hat man ein Problem. Theoretisch könnte ich auch das alles hier dran geben. Ich könnte einfach hier drauf und dann Tschüssikowski. Aber es wäre aber zu einfach. Ich will doch epische Highscores holen. Meine Fans erheitern. Zum Lachen bringen. Wahrscheinlich eher zum Lachen bringen. Ich mache mir erst ihn, weil er war ja schon safe. So, den bewege ich jetzt erstmal zu dem Ziel. Das Ganze ist halt ein Entspannungsspiel. Das soll ja auch nicht so wahnsinnig schwer sein. Ich will ja nicht Squishy Souls spielen. Wo ist die Kamera? Stell dich in die Kamera. Die Zwitschis, das sind Filmstars. Die wollen in der Kamera stehen. Die meisten Äpfel, ich habe dort mal eine Rotze verschluckt hier. Was ist das für eine eigene Art? Soll ich denn da drauf kommen? Ach so, durch ihn? Komme ich da hoch? Ja, okay. Wo komme ich dann hin? Ach, da komme ich hin und dann schwebe ich da hin. Dann schwebe ich meines Weges. Meine Güte, das ist ja so ätzend. Warum dreht das hier nicht wenigstens in die Kamera rein, das Level? Okay, jetzt bin ich da unten. Okay, das war jetzt nichts in der Sache. Hallo, weiter. Meine Güte, das funktioniert so unglaublich genau hier. Man verliert selten nur den Kontakt hier an diesen Teilen. Wahrscheinlich hätte man so auch der Ubico bis man an diesen Einzelnen. Aber wie gesagt, ich spiele nicht die Weltmeisterschaft in diesem Spiel. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen entspannt ein Spiel spielen. Ich glaube, da war ich sowieso schon drauf. Ja. So, mit dem kann ich ja dann auch die drei machen. Also mit dem, der dann noch liegt. Hm. Ich frage mich, ob das nicht, da sind mir zu viele. Ich kann meine lieben Squeaches keine Gefahr aussetzen. Meine Güte. Ich frage mich, ob das wirklich so schwierig ist, ein System zu entwickeln, dass man wenigstens, ich bin ja schon bescheiden, wenigstens das Ganze Richtung Kamera dreht. Geh es mal weg da. Geh deines Weges. Geh es mal weg da. Okay. Nein. Mann. Schwierig, da nachzukommen. Okay. Meine Güte, wo ist noch mal die Kamera? Oh, 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 oh. Ich weiß ja nicht, wie das funktionieren könnte. Das würde natürlich gut funktionieren, wenn an der Brille selbst auch eine Kamera dran wäre. Das kann doch nicht so unglaublich teuer sein. Jedes scheiß Gerät hat eine Kamera. Dann kann es ja nicht so unfassbar teuer sein, eine Kamera an Geräte dran zu machen. Hallo? Kontaktverlust ist nicht erwünscht. Man merkt das schon, man wird schon immer, immer, ja, kribbeliger wird mit dem Kontakt. Die leuchten doch auch beide. Bisschen tiefer oder wie? Bisschen höher? Muss ich den superoptimalen Winkelgrad haben hier oder was? Da sieht man, wie die so plötzlich sich auf völlig andere Orte beamen. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Meine Güte. Mann, das ist ja schön, diese Brille zu haben. Aber man könnte eventuell auch mal was dran verbessern. Weiß ich auch nicht wie. Oder man macht einen Fixpunkt irgendwie, dass die, warum habe ich das gar nicht gesehen? Aber ich hatte ja einfach keinen Bock darauf. Kann auch sein. dass die Kamera irgendwie einen Fixpunkt wahrnimmt und anhand dieses Punktes, da brauchen wir wahrscheinlich wieder zwei Punkte für wenigstens, um anhand dieser Punkte zu erkennen, wo, ja, was will man daran erkennen? Damit die Kamera erkennen, wo diese beiden Punkte sind. Und was dann? Ach, egal. So, jetzt kann er auch weit... Warte, warte. Was kann ich? Oh, Lipo. Gehirn, Gehirn, Gehirn. Wieder Lipo immer zärtlich zu, wie es sagt. Gehirn, Gehirn. Jetzt muss ich das erstmal wieder in die Richtung drehen hier. Und jetzt kann ich mich Richtung Ziel bewegen. Weil nicht so unermesslich ist wie manche Blödheit. Erstmal den hier noch mitnehmen. Ich weiß ja nie, was passiert. So. Zwei Stück fehlen nur. Für mich ist das gut genug. Tschüss, bis zum nächsten Mal.